Pack den! Ach Scheiße, bist du mir jetzt gescht! Ich hab Mafium da! Halt! Stell! Wohe! Weh! Und wieder Menschlichkeit gewonnen! Weh! Ja, Hammer! Oder? Ups! Ja, ich weiß nicht. Ein Schwerpunkt. Sie sehen, dass es ein Interesse von Sabbat ist. Ich habe viel über diese Operation gehört. Ich würde gerne in da. Ich habe meine Hände auf den Equipmenten, die ich verabschiede. Es wäre ein Suicide zu gehen. Ich habe eine kleine Arme von Trigger Happy Kites, und sie alle packen. Ich weiß nicht, vielleicht... Oh ja, jetzt darf man den noch mal suchen. Oh ja, jetzt darf man den noch mal suchen. Ich weiß nicht, dass er auf dem Boden ist. Wenn du willst, diese Warehouse in Orbit, irgendwann mal kurz. Dann müssen wir Therese auf die Tür. Sie und seine Frau, Jeannette, wir fahren den Asylum. Einige freaky Kunden frequenten das Ort. Wir versuchen nicht zu machen, da. so haben wir neue Erfahrungsbrüte? ja, aber nicht viel, oder? es regnet es regnet es regnet doch keine Männer ok grasserei bedeutet kontrolliert durch das Tier ach mein Gott ich lese das nicht vor lese es euch selber durch, aber ich lese nichts vor das wir hier haben ein weiteres kleinesische Musik aus der Leben und in meinem Club du riechst neue, kleine Frau wie die Fabrik-Soppe auf den Astro-Turf ich dich nicht schrecklich bin ich Duckling? ich habe die Finger auf deine Spine wenn alle die Lichter sind und die Name auf alle Menschen wenn ich mich schreit der ganze Welt versucht mich zu schreiten und jeder will immer wissen wer ist diese Frau? ich bin Jeannette und dieses kleines Chaos crammed in eine gewisse Giggle ist mein Club ich liebe euch die lustige Gefühle all night, sweetheart aber ich werde das Problem mit dem Essen wir werden uns bald und bald ich versuche die Kannst die 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 ihre die das ist die 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 So, und jetzt holen wir uns noch mehr oder so wieder einen kostenlosen Trink. Und du schaffst. Dazu reicht die Füße. Und du schaffst. Und du schaffst. Und du schaffst. Und du schaffst. Dann holst du ihn. Und du schaffst. 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 So, auch wenn du ihn auf und in den zweiten Stock. Hm. Und du schaffst. Beziehungsweise der erste Schock. Nach der Anzahl ist halt der Ground Floor und hat geschossen. Und nun hört man wie, jemand, wie sie streiten. Äh, ja. Aber wenn du dich umziehst, dann kannst du noch hier was finden. In diesem Raum. Ja, die Zeitung ist ja klar. Habe ich meinen hier unten auf dem Boden. Das ist gerade schon gehabt. Ich bin jetzt schon fertig. Ich bin jetzt noch einig. Ja, ich bin jetzt noch einig. Ich bin jetzt noch einig. Ich bin jetzt nicht so zufrieden. Ich bin jetzt so zufrieden, wenn es dich nicht entspannt ist. Die ist im Stift. Ich denke, dass diese Art von Persönlichkeit nicht notwendig ist. Therese Bormann, ja. Ich bin die Propriezer dieser Klub und die einzige Person in dieser Stadt, die guter Seite ist in deinem besten Interesse, um zu bleiben. Was bringt dich zu Santa Monica? Tung's Exile ist selbst-imposed, ich versuche dir. Aber dann, was ich denn da nicht zu lieben, diesen Nosferatu-Klub? Bloody Nosferatu. Sie sind so... unclean. Hm. Ich würde sagen, dass meine Grievenzungen mit Tung sind unter den Rücken. Aber in Reaktion, du musst mir helfen, zu erholen, eine besonders verdächtige Spirite von einer Proprie, die ich in die Ich versuche zu investieren. Okay. Wie ich möchte, dass es gut ist, dass es gut gemacht wird, du bist in kein Position zu retten. Das ist, wenn du mich noch immer auf den Feuern willst. Oh, ich will vollständig machen. Du findest, dass ich mit mir, auf der Grund, mein Ziel ist, dass mein Ziel mehr prädiktabel ist, als mit einigen von den Ego-Maniakern, die meine Beine sind. So lange, dass unser Geschäft nicht so gut geht, meine Worte ist Gold. So, so. Bevor ich es vergessen habe, mach das. Der einzige Weg, um das Oceana-Haus zu erreichen, ist durch einen Tunnel in den Seuern. Du brauchst den Klapp, um die Garten für diesen Tunnel zu öffnen. Mhm. Ja, das geht echt zu weit. Wenn du mich entschuldigen möchtest, Okay, I've got situations to set straight. Jojo, okay, auf Wiedersehen.